Creeper Creepy Bäm Ich gehe noch ein bisschen auf Monsterfahrt Dann mach ma Huuu, die explodiert Geht doch nicht Zumachen Was ist da? Willst du mich verarschen? Nö Ne, es sind zwei Sklitter und es ist unmöglich die zu töten Es ist halt nur in Version und so Kannst mal kurz helfen, ich bin gleich tot Nö Ne, ich bin Mann, ich bin jetzt alleine Nein, hilf mir schnell, ich hab nicht nur meine Hände Oh, danke Alter, willst du mich verarschen? Ja, Alter Jetzt gib mir mein Stuff hier wieder Komm rein Hast du alles? Ja Jetzt gib mir mein Stuff hier wieder Ja 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 Und jetzt weiter Warte Erst pennen Ist das jetzt der Brenner? Hm? Ne, ich guck gerade, was alles Auch alles in den Mülleimer fliegt Und nicht daneben Bist du schon im Bett? Schon lange Ja Geh dich auch jetzt im Bett Und ich guck mal Ja Ich guck mal Ich guck mal Ich guck das Und ich guck mal Ich guck mal Und wo war denn der Creeper? Aufm Dach! Ich wollte gerade noch runterspringen Sag mir jetzt nicht, dass es was kaputt am Dach Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen Oh, Alter! Boah! Jetzt hat er mich wieder zurück tapet, Alter Nee, ich hab dein Stuff Ich war ja gerade tot auf jeden Fall Wupp! Hat mich eh nur zurück tapet Ich hab dein Stuff Es liegt im Haus Kling, klung Ich hab dein Stuff Auf Es liegt im Haus Hattest du Fackeln? Mhm Okay, dann sind es deine Ich wollte ja eben bloß ausleichten, wenn wir BAMS Warte, ich hab noch deine Schaufel Fällt mir gerade auf Hier So viel ist nicht kaputt Nee So, jetzt mal Was ist denn mit äh Öffne wie Püße Gleich Muss ich mal reparieren Ich geh mal kurz kacken Auch noch Alter, ich brauche eine Entlüftung Alter, so eine scheiß Treppe noch Mal hier auch Alter, warum hast du die ganze 2 Treppe weggemacht? Ach, hör doch mal auf Mach ich nicht Nee Alter, echt mal So Nee, lässt du ja zu bleiben wegen die Viecher So, dann warte, da hab ich ne bessere Idee Solange wir noch nicht irgendeinen Fatsch sind Nee, 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 mach auf Ich hab da ne viel bessere Idee Sonst kommen die doch alle in die Bude Du hast noch mal in die Spitzhacke Nein, warte doch Du hast noch mal in die Spitzhacke Nein, warte doch Was hat Bayern gewonnen? Tja Ist das denn nicht smarter? Ist das nicht geiler? No So brauchst du nicht immer abbauen Du kannst dafür hier aufmachen Raus Da rein, zu machen Farben, Schutz Was Das lange müsste ich nicht durchsehen können Ich mag diese Falltüren Oh So, das haben wir So, dann können wir ja noch mal ein paar halbe machen So, dann machen wir mal eine Pause, oder? Sollen wir wirklich eine Pause machen? Du hast doch gefragt Na, ich glaub, es wird mal Zeit, zwar Mhm Mh Können ja noch was später mal aufnehmen, oder so Eben Okay So Ja Haben doch schon wieder viel gemacht Mhm Hm Viel Ein bisschen was Oh ja Doch besser wie nichts Ja Ja, 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 hm Nimmst du noch auf? Jo Hm Schau Oh, hm Nein So Ja So Ja, dann, hm Mach du mal den Schlüß Den Schlüß? Den Schiss, mache ich gleich Glück. Du musst heute mal zu Schiss sagen. Ja, dann. Kommst du rein, kommst du raus. Okay. So. Ach so, hast du das gemacht. Was? Mit dem Mülleimer. Wieso, was? Ja, das ist, wenn wir ihn leeren müssen. Guck, ich kann sogar hier draufstehen. Ach nee. Du kannst ihn nicht runterfallen. Du kannst geradeaus fix drauf. Versuch mal. Hö, 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 hö. Reingeknackst du? Ach. Ja. Dann würde ich mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Und. Scheiße. Und danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.